Dieser Artikel von Oral-B wurde mit 8.8 von insgesamt 10 Punkten bewertet. In dieser Kategorie ist es derzeit mit 3317 Gesamtbewertungen das am höchsten bewertete. Hier sind seine besonderen Merkmale. Für unterwegs, für Tiefenreinigung geeignet, Preis-Leistungs-Verhältnis, Laufleistung, Geräuschbegel, Timer-Funktion. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind und mehr darüber erfahren möchten oder einfach nur den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Gesamtnote für diesen Oral-B-Artikel lautet 9 von 10 Punkten. Es ist das exklusivste in dieser Auswahl. Seine Stärken sind Langlebigkeit, für unterwegs, Durchsichtigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geschmack, Genauigkeit. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink mit weiteren Informationen und dem aktuellen Preis. Die von unserer Redaktion vergebene Endnote für dieses Dada-Tech-Produkt lautet 8.8 von 10 Punkten. Es hat sich herausgestellt, dass es unsere beste Wahl ist. Die Stärken sind Weichheit, Altersgerecht, für unterwegs, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel, Langlebigkeit. Wenn Sie weitere Informationen suchen und den aktuellen Preis für dieses Produkt sehen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Die Endnote für dieses Oral-B-Produkt ist 9 von 10 Punkten. Es ist derzeit das naheliegendste in dieser Auswahl. Seine Vorzüge sind für Tiefenreinigung geeignet, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und den Preis für diesen Artikel erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Gesamtbewertung für diesen Oral-B-Artikel ist 9 von 10 Punkten. In dieser Auswahl ist es das Beste. Seine Hauptfunktionen sind Genauigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, für Tiefenreinigung geeignet, Geräuschbegel, Aufhellungsvermögen. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Die Bewertung dieses DadaTech-Produktes ist 8.8 von 10. Es ist derzeit das meistverkaufte Online-Angebot. Seine Besonderheiten sind Weichheit, Altersgerecht, für unterwegs, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel, Langlebigkeit. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020